Na, wer kennt's? Spoiler! Super Mario Galaxy LP Und damit herzlich willkommen mal wieder zu einem neuen Video Mal wieder was ganz spezielles Und zwar ein Infovideo Zwei kleine Sachen, die ich anmerken will Und ich hoffe, bzw. ich hoffe, dass ich es mindestens in 5 Minuten gebacken kriege Wenn nicht, gebe ich mir selbst eine Schelle Haben wir das auch schon mal geklärt Und zwar, erster Punkt, der jetzt wichtig ist Meine Motivation ist so langsam wieder da Habe ich letztens beim Video gemerkt, wo ich Fortnite hochgeladen habe Habe ich am selben Tag aufgenommen Geschnitten Geschnitten Aber halt nicht hochgeladen, aber sonst Aufnahme und beschnitten Ja, also wie ich sage, meine Motivation ist so langsam da Und, ähm, ja, nur was Photoshop auf dem PC angeht Da muss ich noch so ein bisschen hier rumfixen Aber allgemein das Wichtigste, was ich auch sonst auf dem Handy gemacht habe Mit Photoshop-Touch übrigens Ja, ich habe das immer alles auf dem Handy gemacht Ähm, ja Wer sich dann noch ein bisschen mit Photoshop auskennt Gerne in den Kommentaren für Tipps oder sonst noch irgendwas und so Wäre echt gerne bereit dafür Und das war es jetzt eigentlich auch schon Wie gesagt, Motivation ist so langsam wieder da Und, ähm, ja, ich muss es nur gerade momentan gebacken kriegen Den, äh, letzten Splatoon-Part Weil gerade auch wieder ein paar Updates aktuell ist er Jetzt auch wieder Splatfest-Ankündigungen Wovon ich das nur das nur aufgenommen habe Und das letzte Splatfest habe ich immer noch nicht geschnitten Und hochgeladen Also vom letzten Splatfest, Retro-Bla-Bla Oder wie das hieß und so Und, ähm, ja, ich bin aber halt nur richtig faul Manchmal aktiv, was das Aufnehmen betrifft Aber bearbeiten und schneiden bin ich manchmal richtig faul Also beim Fortnite-Video letztens, da war ich irgendwie aktiv Gleich, aber egal Egal, das haben wir schon mal Und, ähm, ja, haben wir den ersten Punkt schon so weit abgeschlossen Und kommen nun zu Punkt Nr. 2 Und zwar gibt es eine neue Messe Ich weiß gar nicht, ob die schon heute angefangen hat oder so Keine Ahnung, weiß ich jetzt gerade nicht Und zwar die Mac in Erfurt Eine ganz neue Messe Ich weiß nicht, ob man das so mit Gamescom vergleichen kann Nur ein kleiner, weil ich kenne die Erfurter Messe Und ich bin mal gespannt, wie das dann drinnen aussieht Weil, wie gesagt, ich war da schon ab und zu mal Allgemein Messe Erfurt Und ich weiß, wie es drinnen aussieht Ich stelle mir das ein kleines bisschen komisch vor Auch wenn es schon ein paar Hallen sind, die halt schon normal groß sind Aber das mit Gamescom kann man nicht vergleichen Von der Halle her jetzt Dort bin ich auf jeden Fall da Samstag Äh, die fängt glaube ich um 10 an Aber ob ich um pünktlich um 10 da bin, weiß ich nicht Aber ich werde auf jeden Fall den ganzen Samstag auf jeden Fall da sein Seid das schon mal gesagt Ich muss ab und zu mal schauen, wie lange ich schon aufnehme Weil, äh, wenn ich bei 5 Minuten zu drüber bin Ich will mir keine klatschen Ähm, ja gut, wie gesagt, ich bin dann den ganzen Tag da Die hat von 10 Uhr bis 19 Uhr, 18 Uhr, ich weiß grad gar nicht Ähm, ja wie gesagt, ich bin den ganzen Tag da Und ist halt eine neue Messe Und bin gespannt oder so, was da alles gibt Auch Sachen anzocken und so, bestimmt auch Also wie eine Gamescom, nur etwas kleiner So stelle ich mir das vielleicht eventuell vor Weil es sind auch ein paar andere YouTuber da Und, ähm, ja vielleicht gibt es ein oder der andere Oder so, der vielleicht auch dabei ist Oder so, lasst es mich gerne wissen Oder so, vielleicht habt ihr von dieser Messe Vielleicht auch noch nichts gehört oder so Keine Ahnung Wenn nicht, dann müsst ihr es jetzt Ja Und, ähm, ja, wie gesagt Das war eigentlich schon das kleine Infovideo Ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen Weil gleich sind die 5 Minuten da Ich will mir keine klatschen Ähm, ja, wie gesagt Das war es jetzt so Ich will auch nicht so unnötig Jetzt strecken Habe ich nicht nötig Wie manch andere Wie Leute, die 9 Minuten 30 Videos machen Oder so Also kurz vor 10 Minuten aufhören Bleiben, egal Und, wie gesagt Das war es eigentlich schon Ähm, ja Mehr gibt es nicht Würde ich sagen Haut rein Mal schauen, ob ich es noch heute gebacken kriege Das noch hochzuladen Und, ja Bis zum nächsten Mal Jetzt muss ich das wirklich noch ausdrinken Eigentlich ist das nur für diesen Insider geplant Hm Ah, erfrischend Bis zum nächsten Mal